Hey und herzlich willkommen zu dieser kurzen Information. Wir haben heute auf morgen, das heißt Samstag auf Sonntag, eine Sonderwartung. Wir haben den Wechsel von Winter auf Sommerzeit. Das heißt um 1.30 Uhr bis dann neue Zeit, 3.30 Uhr, also eine Stunde, sind die Server offline, damit sie die Zeiten umstellen können. Für uns ist das ein riesen Vorteil, denn diverse Instanzen werden dadurch zurückgesetzt. Was davon nicht betroffen sind, sind Quests. Ihr könnt, die Garnisierungsquests könnt ihr nicht neu machen. Aber ihr könnt fast alle Instanzen dann erneut laufen. Der Cooldown wird zurückgesetzt, das heißt wenn ihr die Chance habt, lauft heute noch eure Instanzen weg. All dieser Cooldown wird wieder auf volle Anzahl gesetzt. Es gibt ein paar Ausnahmen dazu, zählt zum Beispiel die Luna wöchentliche, die ist wirklich auf dem Mittwoch geschaltet, die wird nicht resettet. Was auch noch resettet werden sollte, im Normalfall, sind diese Transformationen. Nicht die goldbaren Items, das ist wieder was anderes. Und wo ich mir nicht sicher bin, weil es beim letzten Mal den noch nicht gab, ist beim Schuko-Bot, wo ihr euch ja wöchentlich auch ein Item holen könnt, ist ja auch wöchentlich beschränkt und zwar auch der Transformationsvertrag, der wird wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, davon auch betroffen sein. Da müsst ihr einfach mal gucken, ob oder ob nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß. Denkt daran, heute möglichst die Instanzen fertig zu machen, wer auch immer nachts spielt. Nicht wundern, der Server wird nicht da sein, der wird auch wahrscheinlich ein bisschen länger nicht da sein, das ist normal. Aber ihr habt auf jeden Fall die Chance, daraus was Positives zu machen, eine kostenlose Rücksetzung jeglicher Instanzen, fast jeglicher Instanzen, daraus zu kriegen und nutzt das aus, man sieht sich. Bis denn!